Heute kam in FIFA mal wieder die Jahresrückblick Spieler-SPC raus und das ist in meinen Augen immer eine echt coole SPC, weil man kann hier aus einem Pick vergangene SPCs und Aufgabenkarten bekommen. Das ist finde ich richtig cool, was man genau hier ziehen kann und ob sich die SPC lohnt, gibt es wie immer jetzt im kurzen SPC-Check. Ganz wichtig vorab, für den YouTube-Algorithmus ist es immer sau wichtig, dass viel Interaktion auf dem Video herrscht. Lass also jetzt auch wie immer gerne ein Like da und schreib unbedingt einen Kommentar, welchen Spieler du aus der SPC bekommen hast und ob es sich für dich gelohnt hat oder nicht. Jetzt aber zur SPC. Die läuft insgesamt sechs Tage und man kann sie nach zwei Tagen nochmal wiederholen. Abgeben musst du ein 84er Team und ein 86er Team mit einem Inform, was umgerechnet laut Footbin ca. 150.000 kostet. Das ist gar nicht mal so wenig. Man bekommt hier eine Spielerwahl aus vier Karten. Hier sind SPCs und Aufgabenspieler dabei, die in den Monaten Dezember, Januar und Februar rauskamen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wir sind jetzt schon Ende März. Hier kamen natürlich verschiedene POTMs raus. Eine Showdown-Woche war dabei. Dann gab es unter anderem noch die Future Stars. Krasse Karten aus der Zeit sind Mbappé, Ramos, Flashback und so weiter. Also es gibt hier auf jeden Fall ein paar Bretter zu ziehen. Ob sich das hier wirklich lohnt, ist schwer zu sagen. Es könnten halt echt Kracher dabei sein und mit dem Spieler Pick aus eben vier Karten schließt man auch echt einige Schlechte aus, die man halt nicht nehmen muss. Wir haben die SPC für dieses Video natürlich einmal abgeschlossen und waren am Ende recht zufrieden. Die Jorginho SPC hat auch ungefähr 150.000 gekostet. Im Stream haben wir dann noch weitere Picks von euch aufgemacht. Die waren okay bis teilweise nicht so gut. Ich denke diese SPC ist schon eher so eine Spaß-SPC. Wer nicht viel Futter hat, sollte es wahrscheinlich erlassen. Trotzdem ist das finde ich immer eine coole Aktion und man kann das Risiko eingehen. Schreib jetzt wie gesagt unbedingt rein, wen du bekommen hast. Lass ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video.